Wohin genau? Runa! Wohin genau Runa! Dankeschön Servus Dat Oe$e! Gel das hessische den gibt es ja auch noch sehr elegant sehr elegant das haben wir ja vor weil wohl nicht die leid falls man in der nebetrohe landeten außerdem die man mitnehmen so sicherheit hat vorrang sehr schön sehr schön pump track so wie war das? hier nebenauf mal gucken wer es noch so elegant macht oh Martin ich hab mir gedacht dass ich so hoch muss das ist nicht so nett also die Stelle war schon ein bisschen scary aber sie ging doch gut flüssig oh oh ja das war vorhin nicht irgendwie nicht so eng da sind wir noch hoch ans lambertskreuz tick dich doch doch ja das ist nicht viel da war kaum gefälle pinz doch nicht ich pinz aber du bist ja frau das ist scheiss egal ja wuss jaa 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 ja 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 ich A chicken on the front drauf denken, jetzt kommt gleich die nette treppe eher mit tempo rein ohohoho, das sieht mittlerweile aus hier ist der oh ein Arsch in der Kamera, oh ein O'Neill dein Hose ist noch viel zu sauber, ich muss mir öfters mitnehmen einfach rechts außen anfahren oder links und dann genau jo genaaau ja doch fahr 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 jetzt nicht mehr das ist scheiße, bin ich jetzt sehr unzufrieden mit mir ich mit dir ach ich bin zufrieden, dass ich voll mit meinen Dappeln hängen geblüben bin, alter scheiße ooooh, warum bleib ich doch hänge hänge, er ist hänge geblübe einfach rollen lassen uuuuuh 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 trail train sitting downhill halli hallo hallöchen scheiße die haben ich geschluckt wieeye auch wir haben wir die Achtung. Oh War ride ach ja genau versuche rechts zu bleiben, äh links zu bleiben naja passt schon passt schon wie gesagt eher links bleiben dann gehts ja das war jetzt nix nicht aber nicht sehr geil ha ich hab meine alte line wieder das war ein bisschen falsch du hätt schon gerade auch weiter müssen du hast gemerkt ja hier war ich schon mal was sagst? er hat Ski gelegt oh dann lenkt er es ein bisschen ähm naja ich hab die Hardcore line ja aber der Simon ist perfekt die hört die zwei scheiß stelle drüber kommen ja alles ok das war mit dem metall am fels hängen geblieben gehts da bist du dreckig im gesicht, hast du kein bril auf gehabt scheisse aber das habts auf kamera auf komm jungen der sah geil aus und ich habe es voll starb mit dem pedal hängen geblieben das merke ich wenn du auf dem stroh stehst und trittst da merke ich ob was oval läuft oder nicht das war nicht ohhh der ging aus ohne rohr steh ich ein bisschen scheisse jetzt steh ich wieder gut der ging böses ohne rohr mal gucken ob man sieht ne ne man sieht nichts aber der hat eben richtig böse geklatscht was warnt das und den kenn ich auch noch gar nicht und was hab ich mir denn geholt ja sauber bisschen weil er hängt dreck dring auf allem war er nice der knall eben nix nix ich will nochmal ja ok das ist hier die hässliche treppe ja warum liegt der auf dem fahrrad warum liegt der auf dem fahrrad ich will nicht mehr freden das kommt nicht das ist was du bist 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 du bist